Wir haben einen neuen Monat und es gibt neue Games bei Prime Gaming. Welche das sind und warum es sich wirklich lohnt, sich das Ganze mal genauer anzuschauen, jetzt in diesem Video. Ich würde mal sagen, los geht's. Erstmal eine ganz kurze Sache. Beim letzten Video gab es einige Fragen, wie kommt man überhaupt an Prime Gaming ran. Ich will ganz, ganz kurz mal erklären, was genau das ist. Prime Gaming ist ein Angebot von Amazon. Jeder, der Amazon Prime hat, kann Prime Gaming aktivieren. Das hieß früher Twitch Prime, jetzt Prime Gaming. Wie genau holt man die ab? Wir haben hier unten mal die Seite verlinkt. Da klickt ihr einfach drauf, scrollt nach ganz unten und dort seht ihr dann diese verschiedenen Games. Da könnt ihr einfach auf Abholen drücken und das Game dann downloaden. Erfahrungsgemäß gehen auch viele Spiele irgendwann quasi aus diesem Prime Gaming Interface verloren. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn es irgendwie ein Game gibt, das ihr irgendwie dauerhaft spielen wollt, einfach mal downloaden, den Code speichern und sicherstellen, dass ihr das Game auch behalten könnt. Wenn ihr jetzt einfach nur die ganzen Games abholt und dann am Ende, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später das dann zocken wollt, kann es gut sein, dass das dann schon futsch ist. Das heißt, die Games, die ihr gerne spielen wollt, direkt saven. Prime Gaming hat es auf jeden Fall immer ganz gut drauf irgendwie, sehr, doch relativ bekannte Indie-Games mit im Paket zu haben und dann teilweise Games, von denen man noch nie was gehört hat, die aber im Grunde eigentlich ganz schön geil sind, wenn man sie sich mal ein bisschen genauer anschaut. Fangen wir direkt an mit dem absoluten Banger und das ist Batman The Telltale Series. Alle Episoden, Telltale Games sind dafür bekannt, sehr, sehr storylastig zu sein. Ist eigentlich eine Mischung aus einer Serie und einem Game, könnte man sagen. Gibt es zu verschiedensten Franchises, zum Beispiel auch Game of Thrones, wo man wirklich teilweise eigentlich das Gefühl hat, man ist in einer Serie drin. Die Storys sind extrem schön geschrieben. Meistens ist es so aufgebaut, dass man die erste Episode kostenlos kriegt und dann die weiteren Episoden quasi kaufen muss. Und hier hat man dann alle Episoden, zumindest alle Standard-Episoden von Batman The Telltale Series und das ist wirklich ziemlich geil. Also wirklich eine große Empfehlung für alle Leute, die einfach Batman geil finden oder zumindest sympathisch einfach mal ausprobieren. Das macht wirklich in Heiden Spaß. Das nächste Game ist quasi so der Underdog, könnte man sagen. Es nennt sich nämlich Portal Dogs. Es ist ein Puzzlespiel, was eigentlich optisch eher auf Mobilgeräte gehört, macht aber durchaus Spaß. Wir haben es auf jeden Fall mal angetestet. Ist auf jeden Fall einfach ganz nett ein Indie-Game, wozu man eigentlich gar nicht mal viel Worte verlieren sollte. Probiert es einfach mal, außer ihr Bock habt. Das nächste finde ich dann wieder richtig, richtig geil, muss ich sagen. Das nennt sich Tales of the Neon Sea, ist halt so ein bisschen diese 16-Bit-Grafik, ist an klassische Adventure-Games wie Monkey Island angelehnt, hat aber optisch auf jeden Fall ein bisschen mehr zu bieten, weil hier diese 16-Bit-Welt wirklich richtig, richtig vollgepackt ist mit Details. Das Ganze spielt in einer Cyberpunk-Welt, läuft als Detective rum, muss sehr viele Puzzle und Rätsel lösen und man hat dann, wenn man dann in Dialogen ist mit Charakteren, dann nochmal so detailreiche Zeichnungen von den Charakteren. Es macht auf jeden Fall wirklich einiges her. Ich finde es wirklich ziemlich, ziemlich nice. Red, also R-A-D, ist das nächste Game, ist ein Roguelike-Game in der Post-Apokalypse, ist mit so einem 3D-Rendering gemacht. Ist wirklich ganz schön, muss ich sagen. Ich bin selber ein riesen Roguelike-Fan und sehe, dass man hier zumindest mal ein bisschen was Neues gemacht hat. Man entwickelt sich halt weiter, indem man Mutationen sammelt, man hat verschiedene Charaktere. Das sind alle so Teenager, die aus so einer post-apokalyptischen Welt kommen und ja, wie man es natürlich kennt, wenn man stirbt, fängt man wieder von vorne an. Man kann allerdings aber auch eine Währung sammeln, um dann quasi beim nächsten Run ein bisschen stärker zu sein als zuvor. Team 17 kennen viele Leute, denke ich mal, von Worms oder auch von Moving Out, also wirklich eher so ein Fun-Party-Game. Team nennt sich nämlich Automarchef. Das heißt, hier schlüpft ihr in die Rolle eines Ingenieurs, der eine Küche aufbauen muss, eine komplett automatisierte Küche. Das heißt, ihr müsst mit verschiedenen Gerätschaften besonders effizient dann Nahrungsmittel zubereiten. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man doch sehr, sehr viel Zeit mit verbringen kann, Zeit vielleicht mit verschwenden kann, um rumzutüfteln, verschiedene Aufgaben zu lösen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Ein ähnliches Spiel, aber durchaus etwas neuer, nennt sich The Wanderer, Frankensteins Creature. Hier spielt ihr halt eine seelenlose Kreatur, die durch die Gegend läuft, die auch nicht unbedingt böse ist, aber auch irgendwie nicht gut, sondern einfach eine Kreatur. Und auch hier hat man halt wirklich diese Point-and-Click-Adventure-Features, also durchaus auch interessant. Wenn ihr vielleicht erstmal Monkey Island gespielt habt und dann noch Bock habt, könnt ihr damit auf jeden Fall weitermachen. Dann wirklich auch wieder ein richtiger Banger, muss ich sagen. LucasArts Monkey Island, The Secret of Monkey Island Special Edition. Das heißt quasi die Wieder-Neuauflage von dem absoluten Klassiker von The Secret of Monkey Island. Halt mit komplett neuer Comic-Grafik, also alles nochmal neu gezeichnet. Sieht wirklich einzig aus. Hab ich tatsächlich damals mal vor Jahren auf meinem Smartphone gespielt, aber durchaus glaube ich auch wirklich besser am PC, wegen den ganz vielen kleinen Details. Wer eigentlich ist das Spiel für alle, was für die Leute, die damals The Secret of Monkey Island gespielt haben, für die Leute, die es noch überhaupt gar nicht kennen und einfach wirklich so Computerspielgeschichte nachholen wollen, weil das ist wirklich so einer der Meilensteine der Computerspielgeschichte, muss man wirklich sagen. Mega lustig, es ist einfach super gealtert, muss man auch sagen. Natürlich mit diesen ganzen klassischen Adventure-Features, die es aber heutzutage gar nicht mehr gibt. Also durchaus wirklich eigentlich ein Must-Play für jeden. So Freunde, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen hinterlassen. Wir werden noch zu Playstation Plus das machen. Das wird morgen kommen, also am Samstag. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann macht euch ein Kreuzchen in den Kalender. Macht's gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns. Schaut euch hier die Playlist an. Beste Playlist aller Zeiten mit kostenlosen Gains ohne Ende. Ja, anschauen und wir sehen uns dort. Tschaußen.